Unglaublich. Die Europawahl 2024 hat in Deutschland und anderen europäischen Ländern überraschende Ergebnisse hervorgebracht, die weitreichende politische Implikationen haben könnten. Ein Blick auf die Prognosen zeigt deutliche Veränderungen in der politischen Landschaft, insbesondere mit Blick auf die Grünen-Partei, die einen dramatischen Rückgang ihrer Unterstützung erlebt hat. Die Grünen, die noch in den vorherigen Wahlen beachtliche Erfolge erzielt hatten, wurden nun fast halbiert, von rund 20 auf lediglich 12 Prozent. Dieser Wertverlust von nahezu 50 Prozent ist bemerkenswert und könnte auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, darunter möglicherweise Unzufriedenheit mit der politischen Agenda oder interne Parteiangelegenheiten. Auf der anderen Seite verzeichnen andere Parteien moderate bis leichte Zugewinne. Die Union gewinnt leichter zu. Die AfD verzeichnet ebenfalls einen Zuwachs, während die SPD und die Linke Verluste hinnehmen müssen. Die FDP hält sich relativ stabil und die neue Partei BSW kann mit einem respektablen Ergebnis von 6 Prozent auftrumpfen. Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Ampelkoalition, die derzeit in Deutschland regiert, keine Mehrheit erreicht, weder auf Landes- noch auf Bundesebene. Dies wirft Fragen über die politische Stabilität und die Zukunft der Regierung auf. Es ist klar, dass sich die politische Landschaft in Bewegung befindet und dass neue Koalitionen gebildet werden müssen, um politische Entscheidungen zu treffen und eine effektive Regierungsführung sicherzustellen. Ein ähnliches Bild zeigt sich in Österreich, wo die FPÖ einen deutlichen Sieg errungen hat und die ÖVP als stärkste Partei abgelöst hat. Dies könnte eine Verschiebung in der politischen Dynamik des Landes bedeuten und zukünftige Entscheidungen beeinflussen. Die Europawahl markiert den Beginn des Bundestagswahlkampfs und verspricht eine Zeit politischer Unsicherheit und möglicher Veränderungen. Die Bürgerinnen und Bürger sollten sich auf eine Phase politischer Unruhe einstellen, während neue Koalitionen gebildet und politische Entscheidungen getroffen werden. Es wird wichtig sein, die Entwicklungen genau zu verfolgen und ihre Auswirkungen auf die politische Landschaft zu analysieren.